Kaufen wir noch mal einen Premium-Container für die 50. Wer wünscht mir Glück? Ich nicht. Will ich Glück? 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 Du kriegst eh keine Mainz B. Ich will jetzt eine Mainz B. Ich habe einen Container. Und da soll eine Mainz B drin sein. Warum kaufst du einen deutschen Container und keinen Bank-Container? Oh. Weil er blöd ist. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das ist gut gemacht. Das ist gut gemacht für mich. Oh Gott! Oh Gott!